aqualand spaß und entspannung für die ganze familie abschalten vom alltag und wieder neue kraft und energie tanken wer sich eine auszeit in der sauna welt gönnen möchte dem stehen zwölf verschiedene saunen und zwei dampfbäder zur verfügung lassen sie sich von der magie eines entspannenden aufgusses umhüllen und fühlen sie mit allen sinnen wie ihre seele der alltagslast entflieht tauchen sie ein in eine neue welt wohltuenden ayurveda massage werden spannungen gelöst und neue energien freigesetzt wir freuen uns auf ihren besuch wir sehen uns auf jeden Fall wir sehen uns auf jeden Fall